Anno 117 Pax Romana. Never! Nein! Wirklich? In Rom? No way! Okay. Äh, warte. Gibt's da einen Sidecode? Okay. Oh, da bin ich ja ein bisschen hyped. Warte. Das wäre richtig geil. Da habe ich massiv Lust drauf. Let's go. By order of the Emperor, by fellow Romans. I bring forth tidings of hope across our glorious lands. For... For we stand on the threshold of a new age. Our streets shall be lined with abundance. Our fields shall yield bountiful harvests and our coffers shall overfill with wealth. An era of prosperity dawns upon us. Heralded by the arrival of a new governor. You can take it from here. Das ist ja geil. Oh, mehr gibt's auch noch nicht zu sehen. Schade. Ich hätte gedacht, man sieht schon ein paar Gameplay-Inments. Aber ganz ehrlich, ich bin gerade so richtig happy. Das ist ja mega geil. Also erstmal Anno ist sowieso super. Und ich liebe Rom. Und ein richtig geiles Aufbauspiel. Anno ist eigentlich... Gibt nichts Besseres im Aufbauspiel-Sektor als Anno. Und das dann in Rom. Ich bin leicht gehypt. Das ist Hammer. Alter Schwede, was wird das noch für ein geiles Jahr. So viele coole Sachen. Das ist ja wirklich krass. Ja, Hammer. Ey, das ist... Ich bin beglückt. Das ist ja wirklich krass. Das ist ja wirklich krass. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Untertitelung des ZDF, 2020